Herzlich Willkommen, mein Name ist Meo und wir spielen heute wieder ein bisschen Escape from Tarkov, diesmal auf Interchange als PMC. Und wir stehen kurz vor einem Vibe, das bedeutet ich muss noch ein bisschen Müll aus meinem Inventar verbrennen, bevor wir dann die richtig guten Sachen aus meinem Inventar verbrennen. Ich zeig euch gleich mal mein Loadout, hier war doch auch, ah ja genau, da wollte ich hin, da könnt ihr mal gucken, ein bisschen hier, ein bisschen da, ne, der Helm ist nicht so schlecht, oh ne, oh ja, oh, haben wir keine Sonnenbrille dabei, das ist ja, also, so kann man eigentlich nicht spielen, ne. Vielleicht finden wir ja noch eine, ja genau, äh, Interchange, hab ich mal wieder ein bisschen Bock drauf, ich glaub heute gehen wir mal in Richtung Einkaufszentrum, hier war doch irgendwo noch ein Hidden Stash, oder nicht. Ne, ne, scheinbar nicht. Was ich vergessen hab, war natürlich mir ein Visier auf die Knarre zu flexen, das war halt ein bisschen dumm, aber was willst du machen? Ein Visier brauchen wir nicht, wir verlassen uns einfach auf unser unfassbar großes, grenzenloses Können. Okay. Was ist denn los, ey? Direkt Schüsse gehört, oder ein Schuss, weil er auf uns könnte sein. Die Lootleiche, da will ich trotzdem. Schneller. Oh, nice. Oh, nice. Oh. 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 hä hä na ja ich war scheinbar noch nie gut in tetris ja lassen wir so ok da geht da drin geht es schon rund das bedeutet wir gehen dann natürlich auch rein aber war hier nicht noch irgendwo nun hier war doch noch irgendwo eine kiste davon da war schon ins gef gehört direkt weggebootet nichts also frech verziehen uns mal in die ecke hier munitionieren neu auf dann ludmann ins gef und gehen da hoch immer schön vorsichtig da direkt einer auf uns geschossen gar nicht cool gar nicht cool von wo denn der ist hier oben der sitzt da hinten ich sehe den nicht wir wurden von hannah montana getötet das versuchen wir gleich nochmal bis gleich und dann werden wir wieder auf interchange neues loadout neues glück schauen wir mal ob dem so ist da vorne hier hier ist die truhe genau dieses mal gehen wir eher in die richtung kraftwerk vielleicht überleben wir da besser wir sind übrigens diese runde sagen wir mal zu 65 prozent unauffällig mal gucken ich habe nur noch so einen blauen helm ich habe nur noch blaue helme dafür haben wir hier so dieses schmuckstück das ist uns klasse 6 mal gucken ob uns das was bringt und auch hier zielen ist eher so gefühlssache und kein visier hinter gerät wir machen das einfach so feeling mäßig schauen wir mal wie das funktioniert mit dem fühlen sagen wir mal die kiste war doch da vorne oder oder auch nicht die kiste könnte da vorne sein wenn sie spawnen wird ne es ärgert mich immer noch ein bisschen dass ich einfach dass ich den typ nicht gesehen habe wie er da im Eck sitzt oh man ey okay so so Also hier ist schon sehr offen. Ich gehe mal in Richtung Büsche. Kein Spawn-Glück für den Hidden Stash, aber dafür ist dahinten die Waffenkiste immer da, oder? Ich habe noch nicht erlebt, dass die nicht da wäre. Einfach mal geguckt, ob irgendwas auf die RFB passt. Tut es nicht. Sag mal, die Schüsse kamen jetzt vom Kraftwerk, oder was? Oder fanden da drin? Ich sage mir mir zu Harry, High seremos bis der viele Reine. Ich personechte, dass sie dasrea und irgendwelche Lily haben. Ich habe hier ein paar, können COAL bei uns. Ich versuche einen einer anderen Seite stellen. Also das Ziel mit der Knarre ist einfach das allerletzte, ne? Ich spiel' ein bisschen Hard Mode, alles andere ist zu einfach. Ich spiel' ein bisschen. Wo müssen wir eigentlich hin? Fällt mir gerade auf. Immer kommen, okay. Glück gehabt. Eine Schiene, die könnte unter Umständen wichtig werden. Ich spiel' ein bisschen. Ich seh' einfach absolut niemanden. Stashed, ist der gespawnt? Seh' ich nicht von hier. Nö. Aber ich seh' auch keinen Scaff. Nix. Niemand hier. Ich revidiere, doch jemand da. Hm? Oh ne, ich hab grad mein Magazin fallen lassen, oder was? Kann ich währenddessen? Neus. Kann ich währenddessen? Neus. Was ist das denn für ein fancy Tragesystem, was der da am Start hat? Weg. 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 Mit. Mit. Weg. 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 Ich habe eine GPU. Aber jetzt eine GPU. Hat er die Tür zu Junge? Hat er die Tür zu? Bohrermaschine, nehmen wir mit. Nö, sieht man nix. Nix und niemanden. Das ist eigentlich ganz okay. Will ich mich nicht beschweren? Da vorne. Also vorne raus. Auch nicht. Oh gut. Dann machen wir da zu. Türenendgegner. Mach doch die Tür zu Junge. First try. Hm? Auch nach Moment. Hör, wie geil ist das denn? Wir haben eine Christbaumkugel gefunden. Na, aber es. Türenendgegner. 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 Könnten was essen. Und was trinken. Wenn wir eh dabei sind, warum nicht? Why not? Kann hier... Kann hier... Hier habe ich noch nie was spawnen sehen. Kann hier eigentlich auch was spawnen. So lootmäßig. So lootmäßig. Hm. Okay, da ist immer noch zu. So. 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 Hm. Geht da nur der Strom in dem Kraftwerk an oder geht auch Strom in diesem Ikea-Verschnitt an? Das wäre natürlich geil. Hm. 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 Mal nix. Und einmal Waffenkiste. Hm. 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 Das will ich gar nicht. Hm. Doof. Hm. 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 Auch nicht da. Schade. Hm. 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 Das war's für heute. Okay. So weit, so gut. Spawnt hier eigentlich irgendwo Loot? Ich habe noch nie welchen gesehen. Naja. Naja. Okay. 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 Nice. Sieht doch ganz gut aus. Nette Runde. Wir haben ein bisschen was mitnehmen können. Finde ich gut. Nice. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist gerne Like, gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.